Okay, herzlich willkommen zurück. Heute nochmal mit NumPy und nochmal mit den Data Types. Ich verspreche euch, heute wird es nicht ganz so schlimm. Heute geben wir den Dingen nur Namen. Denn, mal ganz ehrlich, wer kann sich hier noch irgendwie was darunter vorstellen? Ich auch nicht, okay? Das ist völlig normal und da muss man sich auch keine Gedanken machen. Wo man aber dran arbeiten muss, ist, wenn man etwas braucht, das so komplex ist und man kann sich nichts darunter vorstellen, ja, dann kann ich damit auch nichts anfangen. Also, was mache ich? Naja, ich gebe dem ganzen Zeug einen Namen. Und das kennen wir aus Python Dictionaries zum Beispiel. Also, das heißt, wir haben hier zum Beispiel sowas und haben hier ein col1 oder sagen wir einfach mal red. Und red hat den Wert 255,0 oder sagen wir einfach nur 255. Wir haben den Wert, den nächsten Wert green wäre dann der Wert 255. Und dann haben wir noch den Wert blue hat auch 255. Dann haben wir offensichtlich hier ein neues Dictionary mit unseren Farben drin. Und das kann ich natürlich auch genauso ausgeben, wie ich das möchte. Und dann sieht das Ganze so aus. Das ist absolut nachvollziehbar und ich kann jetzt hier auf, also das ist ein Python Dictionary, upsala, sorry. Das ist ein Python Dictionary und nichts, was irgendwie von NumPy jetzt wäre. Wenn ich jetzt hier von red drauf zugreife, dann kriege ich natürlich meinen Rotwert, also mein 255 zurück. Okay, kann ich das jetzt vielleicht rein zufällig direkt schon in ein NumPy Array packen? Und die Antwort lautet, ja, ich kann, ich kann das direkt in ein NumPy Array stecken. Und das geht, ist halt nur ein bisschen komisch, denn man kann es halt nicht so richtig als NumPy Array bezeichnen. Man kann darauf nicht so richtig alles machen, was man möchte. Und deswegen gibt es ein paar andere, bessere Strategien, wie man eigentlich aus Dictionaries oder zumindest wie man Dictionary NumPy Arrays eigentlich bauen kann. Denn das Ding hier ist eigentlich nicht so richtig ein NumPy Array. Wenn wir uns die Shape mal angucken, dann ist das nämlich nur ein Element. Also wenn die Shape quasi ein leeres Tuple ist, dann wissen wir ja, ist das nur ein Element. Das heißt, unser Dictionary ist eigentlich, naja, ein Object halt. Also ich zeige euch das mal ganz kurz, den D-Type mal ausgegeben. Dann haben wir hier ein Object und naja, ich kann alles als Object da reinpacken. Es wird mir halt ausgegeben und die Shape ist halt immer noch, ja, leider nicht so aussagekräftig. Es gibt also bessere Strategien, daraus ein NumPy Array zu machen, das nicht einfach nur ein Element ist. Und die sehen wie folgt aus. Wir bauen uns jetzt mal ein Data Type. Den setzen wir mal auf numpy.datatype vorn. So, was wollen wir denn haben? Naja, unsere Werte hier sind offensichtlich gerade Integer. Okay, es sind offensichtlich auch eigentlich alles Zahlen bis maximal 255. Höher ist nicht erlaubt für Rot, Grün und Blau Werte. Und dann haben wir vielleicht noch hier so einen Alpha Wert. Das ist so das, was eigentlich alles ist dann am Ende, wenn wir von Farben reden. Das heißt, wir haben hier vier Werte, keine davon über 255. Okay, das heißt, jeder dieser Werte ist eigentlich ein Unsigned Int 1. Ja, also ein einzelnes Byte, das allerdings unsigned ist, also kein Vorzeichner. Wir können keine minus 128 haben. Und wir müssen aber mehr als 127 haben. Also, was machen wir? Naja, wir gehen eben auf Unsigned Byte. Okay, wunderbar. Aber wie kriege ich das jetzt hin, dass die auch irgendwie benannt werden? Und die Antwort ist eigentlich relativ simpel. Ich kann hier tatsächlich mir eine Liste bauen aus verschiedenen Werten innerhalb meines Datentypes. Also, ja, sozusagen ein Datentyp in eurem Datentyp. Ähnlich wie hier oben, nur dass es jetzt andersrum geht. Es geht jetzt nicht mehr hier vorne drum, sondern es geht jetzt hier hinten um die Benennung. Und ich zeige euch das mal ganz kurz. Jedes einzelne Element hier drin ist quasi ein Tupel. Und jedes Element sieht eigentlich auch ähnlich aus. Ich mache das nochmal kurz zur Einfachheit zurück. Wir machen hier folgendes. Wir haben einen Rotwert. Nennen wir ihn einfach nur mal R. Okay, damit wir wissen, dass es unterschiedliche Sachen sind. Und dieser R-Wert ist ein Unsigned Int mit einem Byte. U1. Okay. So, selbiges gilt jetzt natürlich noch für die anderen Werte. Also für Rot natürlich. Für Grün brauchen wir das. Wir brauchen das Ganze für Blau. Und wir brauchen das Ganze für den Alpha-Wert. Und hinten dran brauchen wir kein Komma mehr. So, RGBA. Das sollte fast jeden was sagen, der sich wahrscheinlich schon mal mit Bildern beschäftigt hat. RGBA definiert unser Bild. Okay. Das ist also unser Datentyp. Wenn ich jetzt das allerdings ausführe und sagen wir mal hier ein NP.Zeros erstelle, aus meinem DT. Also Data-Type ist gleich DT. Und sagen wir einfach mal, wir wollen nur ein Element draus haben. Also wirklich, das macht ja quasi wirklich nur ein einzelnes Element. Keine Liste, kein gar nichts. Dann sehen wir hier, wir kriegen 0, 0, 0, 0 raus. Aber haben irgendwie keinen Vorteil von dieser Benennung hier. Das ist aber auch völlig fein für uns. Denn, ja, das muss nicht unbedingt sein. Und was jetzt hier bei diesem Typ am Ende rauskommt, Data-Type, das zeige ich euch natürlich auch. Der Datentyp ist jetzt tatsächlich das da hier. Der Datentyp ist das, was wir hier oben definiert haben. Und das ist relativ interessant. Okay. Was kommt denn bei der Shape raus? Schauen wir uns das auch mal an. Nun, die Shape ist offensichtlich leer. Und das ist ganz einfach von dem hier vorne. Das heißt, wir könnten hier auch noch so eine Shape wie hier oben anbauen, wenn wir das wollen. Aber es macht meistens nicht so ganz so viel Sinn. Was wir aber auch noch machen können, ist, wir können hier vorne angeben, wie groß denn eigentlich alles gemeinsam sein soll. Und das machen wir hier zum Beispiel über i4. Okay. Was ist hier hinten jetzt los? Naja. Wir müssen das Ganze als Tupel bauen, damit wir das als einen Datentyp betiteln können. Und zwar sagen wir jetzt, okay, das hier ist quasi 1 in 32, das alles gemeinsam. Und der unterteilt sich in ein Unsigned Int auf dem ersten Byte, ein Unsigned Int auf dem zweiten Byte, ein Unsigned Int auf dem dritten Byte und ein Unsigned Int auf dem vierten Byte. Und das wird automatisch von uns so gemacht. Und wenn ich jetzt hier nochmal kurz den D-Type ausgebe, dann sehen wir, der Typ ist eigentlich ein 32-Bit-Integer, der wie gesagt sich aufteilt auf vier weitere Zahlen. Und so kann man wahnsinnig effizient zum Beispiel Farben darstellen. Das ist wirklich mächtig so. Okay. Aber wie kann ich jetzt hier auf, ups, wie kann ich jetzt hier zum Beispiel drauf zugreifen, dass ich eventuell nur zum Beispiel den Rotwert auslesen kann? Wie geht das? Lass mich dazu hier unten erstmal ganz kurz zumachen. Okay, ganz einfach. Ich mache hier mal folgendes. Ich greife mal hier auf von R zu. Also von Rotwert. Und mein Rotwert ist natürlich hier 0. Jetzt greife ich aber mal auf was zu, was vielleicht nicht existiert. Zum Beispiel Red. Und schauen uns an, was dann passiert. Value Error. No Field of Name Red. Das bedeutet, es hat offensichtlich funktioniert. Ich kann auf meinen Wert hier zugreifen, indem ich quasi wie auf dem Dictionary drauf zugreife, auf meinen R-Wert. Und trotzdem habe ich das Ganze wahnsinnig effizient gespeichert. Ihr könnt das, macht das mal gerne als Übung. Ihr könnt mal vergleichen, wie viel Speicher wir hier brauchen und wie viel Speicher wir hier brauchen. Denn im Endeffekt haben wir hier gesagt, ey, wir hätten ganz gerne, dass das alles in 32-Bit-Integer reingepresst wird und haben dann die einzelnen 4 Bytes von diesem 32-Bit-Integer mit Namen versehen, auf die wir jetzt zugreifen können. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Und natürlich kann ich hier auch statt numpy.zeros auch was anderes zuweisen. Ich kann dann natürlich jeglichen Wert zuweisen, den ich möchte. Wie wir das machen, haben wir ja schon hier oben kennengelernt. Also so kann ich natürlich einfach numpy-Array draus bauen und ich kann hier hinten dran mein D-Type angeben, wenn ich das möchte. Okay. So, das heißt, ich kann hier wirklich sehr, sehr viel mit der sehr genauen Struktur eigentlich bauen. Ich kann sogar hergehen und definieren, welche zwei Bits für was eigentlich interpretiert werden sollen. Das wäre dann sowas, zum Beispiel complex-data-type ist gleich numpy.d-type. Und hier sagen wir jetzt mal, okay, wir wollen komplexe Zahlen darstellen als einen einzigen Datentyp. Wir brauchen vielleicht 32-Bit insgesamt, um die komplexe Zahl darzustellen, aber wir brauchen eigentlich nur 16-Bit für die jeweiligen, also für den Realanteil und für den imaginären Anteil. Und das machen wir so. Wir sagen hier, okay, wir haben numpy int 32. Das ist quasi die Größe von unserem gesamten Wert. Aber wir unterteilen diesen in 32 in folgende Dinge hier. Und zwar einmal einen Realanteil. Das heißt, wir greifen auf diesen Realanteil zu. Und achtet bitte darauf, dass ich das jetzt gerade ein kleines bisschen anders formuliere als hier. Hier habe ich einfach eine Liste gehabt. Hier habe ich jetzt tatsächlich ein Dictionary. Das ist die zweite Art, wie man das darstellen kann. Eigentlich ist es genau dasselbe. Aber es ist auf jeden Fall auch ziemlich cool, wenn man das so machen kann. Okay. Okay, also das heißt, unser erster Realanteil, was ist der Realanteil 1? Naja, numpy.int 16. Das wäre dann die erste Variante. Und wie gesagt, man kann es auch gerne als U bzw. als I2 dann darstellen. Das geht genauso. Und jetzt müssen wir noch definieren, welche Bits vielleicht dazu gelten. Also welche 16 Bits gelten eigentlich für meinen Realanteil? Wir fangen bei 0 an zu zählen. Aber der Imaginäranteil, der ist am Ende tatsächlich festgelegt auf die hinteren 2 Bits. Okay, das heißt, wir machen hier noch einen Imaginäranteil. Und den legen wir fest auf die hinteren 2 Bits. Also numpy.int 16 ist natürlich auch wieder der Datentyp. Und wir fangen an zu zählen ab dem zweiten Byte. Das heißt, das zweite und dritte Byte, die beiden gelten jetzt hier für den Imaginäranteil. Achtet darauf, dass die sich nicht überschneiden. Wenn ich jetzt hier ein Int 16.1 habe, dann schauen wir mal ganz kurz, ob das überhaupt kompilieren würde. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ne, würde nicht. Ja, genau. Hier würde nicht funktionieren, weil ich natürlich da eine Überschneidung drin habe. Denn dieser... Achso, ja, natürlich. Und du darfst natürlich auch wieder richtig sein. So, dann würde ich hier nur funktionieren, wenn ich hier die 2 nehme. Wenn ich die 1 nehme, was das Problem ist, ist dann natürlich, die überschneiden sich. Also wir sehen es hier auch, das gibt mir sogar einen Fehler. Das wird alles geprüft und ob das auch wirklich so ist. Denn der Realanteil... Also wir haben insgesamt 4 Byte für diese komplexe Zahl zur Verfügung gestellt. Das haben wir hier gesagt. 4 Byte bedeutet 4 Byte insgesamt für alles. So, dann sagen wir, okay, Realanteil braucht 2 Byte. Also bleiben noch 2 Byte übrig. Und wir fangen bei 0 an, beim 0. Byte. Okay, das heißt, das 0. und das 1. Byte gelten als Realteil. Und dann sagen wir hier, der Imaginärteil braucht auch 2 Byte. Dann haben wir 2 plus 2 Byte. Also insgesamt 4 Byte. Das wäre okay. Und wir würden gerne beim ersten anfangen. Das funktioniert nicht. Das erste ist schon belegt für den Realanteil. Und dann meckert das rum. Das heißt, wenn wir beim zweiten anfangen, haben wir natürlich das zweite und das dritte Byte. Und die beiden fallen dann in den Imaginärzeilen. Und so kann man wahnsinnig effizienten Code schreiben, der sehr gut auch mit großen Zahlenmengen umgehen kann. Bitte bedenkt immer, das Ding hier ist bloß der Data-Type, okay? Ihr könnt hier natürlich auch sofort hergehen und sagen, ich möchte gerne NumPy.zeros haben. Und ich möchte gerne NumPy.zeros haben mit dem Complex-Data-Type, also komplexe Zahlen haben. Und ich möchte zum Beispiel 500 mal 5000 komplexe Zahlen haben, die dann alle hier drin sind. Und ich möchte diese komplexen Zahlen zwar mit Nullen füllen, aber ich kann da quasi drauf zugreifen. Dann sehen wir hier, okay, das sind wirklich viele. NumPy kürzt das auch ab mit diesem Punkt, Punkt, Punkt immer, damit wir nicht zu viel haben. Aber wir haben jetzt hier 500 mal 5000 komplexe Zahlen, das ist viel. Und trotzdem kann ich die so effizient behandeln, als wäre es eine in 32 Zahlen. Das geht durchaus. So, wie greife ich jetzt auf eine dieser komplexen Zahlen drauf zu? Naja, ganz einfach, von Null ist quasi die erste Wahl. Welches von diesen 500 Dingern wollen wir hier haben? Hier können wir bis 499 hochgehen, aber wir sagen mal von Null. Und hier sagen wir mal von 4999. Das wäre die, ähm, in der ersten Zeile die letzte, ähm, komplexe Zahl hier. Und hier sehen wir, okay, die gibt uns eine Null zurück. Ist ja klar, weil wir haben ja alles mit Null gefüllt. Ähm, aber wenn wir jetzt hierher gehen und wir sagen von Real, dann wäre das der Realanteil dieser imaginären Zahl. Und, ah, ups, sorry, ähm, diese Angaben muss man vorne dran schreiben. Das heißt, ich möchte nur die Realteile auslesen, also nur die ersten, äh, zwei Byte jeweils. Und dann sage ich, welches ich eigentlich haben möchte. Das ist ein bisschen verwirrend, aber so kann ich dann quasi darauf zugreifen. So, und jetzt habe ich quasi den Realanteil von meiner ersten Zeile, von meiner letzten Zahl gelesen. Ähm, und ja, das ist, das ist zumindest, äh, relativ effizient. Okay, ähm, achtet auch darauf, dass wenn ihr hier normale, äh, in 32 Zahlen zuweist, das geht durchaus. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel hergehen. Ich glaube, ich mache das mal außerhalb. Ähm, so, machen wir mal hier ein, äh, x ist gleich. Bauen uns das mal als, äh, ein, ein x-Wert. Und sagen hier x von, ups, x von, x von, 0 von 4999 ist gleich, ähm, einfach irgendeine Zahl. Und dann können wir das natürlich ausgeben, ja. Also wir können hier x von 0 von 4999 auch ausgeben als Zahl. Achtet darauf. Hier kriegen wir natürlich genau diese Zahl wieder zurück. So, was passiert, wenn ich jetzt hier aber auf den Realteil zugreifen möchte? Der Realteil sind die ersten zwei Byte. Dann passiert das hier. Dann kriegen wir minus 23.388. Und wenn ich auf den Imaginia-Teil zugreifen möchte, von dieser Zahl, dann kriege ich 69 raus. Warum? Naja, weil wir hier gesagt haben, wir wollen das als eine Zahl behandeln. Wir haben gesagt, wir hätten das ganz gerne auf diese Zahl zugewiesen. Das ist gefährlich, kann aber trotzdem passieren, weil ich hier den NP-Punkt in 32 einfach gesetzt habe. NumPy interpretiert das einfach als Zahl. Wenn ihr das so wollt, interpretiert NumPy das als Zahl. Damit kann man wunderbar rechnen, sehr, sehr effizient rechnen und es geht sehr, sehr schnell. In der Praxis ist es allerdings nicht ganz so toll, weil ihr natürlich den Imaginär- und den Realanteil separat haben wollt. Das heißt, wir setzen den hier mal und wir müssen aufpassen wegen der Größe. Das heißt, wir machen hier mal eine 42 rein und wir setzen mal den Imaginär-Anteil auf 1337. So, offensichtlich wird es dann mein Imaginär-Teil hier unten auf 1337 ausgegeben. Wenn ich jetzt mir allerdings die gesamte Zahl ausgeben lasse, dann wird das auch wieder als NumPy-Punkt in 32 interpretiert. Und ja, wir haben eben diese 82, äh, diese Sekunde, diese 87.621.674. Also, es ist immer eine Frage der Interpretation, wie man 32-Bit eigentlich interpretiert. Interpretiert man sie als zwei verschiedene Zahlen mit Namen, Real und Imaginär, dann kommt was ganz anderes dabei raus, wie wenn man alles als eine Zahl interpretiert. Das ist das, was ich euch auf jeden Fall hier mitgeben möchte. Aber es lässt sich sehr, sehr effizienten Code damit schreiben. Ich glaube, ihr könnt damit gut was anfangen. Ähm, wenn ihr es nicht ganz verstanden habt, dann schaut gerne nochmal rein. Es ist ein schweres Thema, aber, ähm, wenn ihr das wirklich verinnerlicht habt und ein bisschen damit rumexperimentiert habt, dann landet ihr bei sehr schnellem, sehr effizientem und sehr coolem Code auch, der, ja, wirklich sehr viel kann. Okay, das war's von meiner Seite. Wir hören uns hier beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.